so ihr magische müßmuscheln nach der letzten runde among us die sehr lustig war nicht wir hatten alle sehr viel spaß oder ja ja allein die letzte runde fantastisch klaus kinski lebt auf jeden fall spielen wir jetzt ein bisschen was mindestens genauso aggressiv macht und zwar stadtland fluss ich trete mal direkt bei der marschie und wir machen das so gut an wenn alle fertig sind dann sprechen uns ab und dann wissen wir alles klar dass jeder zu ende schreiben kann auch gott land mit der karte gibt es die ganze acht jetzt ist mir alles gefallen und viele ja 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 Kuss Kuss auf YouTube Kuss 2 in Zillion mit Kuss ich habe ich habe kein sie im kopf aber das quatsch youtuber mit k keine ahnung oder könnte ach komm weißt du was ich überlege gerade unter anderem noch bei spiele und filme bei filmen ist doch bestimmt irgendwie sowas wie star wars was mega offensichtlich ist das ist immer so ja ich habe auch keine ahnung ja ich kann auch gar kein film oder serie mit k ich habe es film überlege ich auch gerade so erledigt bin fertig ms und spieler ich muss das video stein muss das witzig schneiden ja nicht perfekt video dann versuche ich das zu schneiden ja also ich bin fertig und mir fällt bei games nix ein bei filme auch nicht ja ich bin auch von mir aus können wir auch eine machen fällig oder von mir aus bin ich von mir aus bin ich fertig und doppelt das wird übrigens weggestrich also katzensimular wir sind erst mal oben wir sind erst mal oben okay also ja super juhu also doppelt das wird weggestrichen ne ja also also es ist ja so wenn ja okay falko denio warum ja perfekt katzen katzen weißt du das denn sein k i k i was denn ich wollte schreiten clash of clans es wird mit 10 gestreiten ach ja ach ja das müsste auch wegsteigen so es kriegte dafür punkte ne ach ja ach ja stimmt kick aufgezählt ach mann ey wieso das war mir so klar dass das war mir so klar dass jan und ich kickte nehmen ja ach ja stimmt aber aber jonas heißt ja nicht kornkrafter ne kornkrafter gibt es auch aber der heißt nicht mehr so der ist einfach nur max und wer ist kev fußballmannschaft kev den könne ich das ist auch so ein minecraft youtuber es müssen es müssen es müssen mehr als 15 prozent durchstreichen und zählt das nicht als durchgestrichen ach doch guck mal hier jetzt okay so ähm kraft ja etwa falko und ich haben falko und ich haben einfach ich gehe hier mit 0 drucken raus katalonien von oben kenne ich nicht ja kennt es gibt so ein send so irgend so eine serie die zeigen immer irgendwelche schönen sachen von oben ok einmal aufgeschrieben vielleicht also zählt also zählt aber falko und jonas ihr müsst die anderen äh antworten auch durchstreichen oder zumindest einer von euch weil das äh glaube ich erst durch äh nicht zählt wenn drei im moment das köln ja zum beispiel oder ki oder kiel ist doppelt oder kasachstan sonst passt das aber alles oder? warte warte wir finden müssen durchstreichen zwei oder? ja also mindestens 50 prozent also ich glaube in dem fall werden es drei also bei stadtlandfluss ist es ja so wenn zwei das gleich haben und einer was andere dann kriegen zwei zehn punkte oder ne da kriegen alle ne also zwei fünf einer zehn also sagen wir mal alle verschiedene zehn und wenn du einer was hat und die anderen drei nichts haben dann dann kriegt man ja 20 also warte 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 ja bei abcd bei abcd kriegt jeder zehn bei a und a kriegt die beiden fünf weil es auch einfach war und weil wenn man der einzige ist dann 20 ja okay warte ich die warte ich habe ich habe jetzt einfach mal die punkte auf so ne die werden hier addiert das ist eh die werden automatisch alle bestätigen bitte ergebens bestätigen ok ok also was kommt jetzt wieder zum grundschauen wenn jetzt y kommt oh ok ok oh x und so sind und kursen meistens direkt ausgestreckt ist ja dann man entscheidet sich dafür das reinzunehmen games und spieler ist ist videospiel oder allgemein oder videospielen sonst hätte ich origami geschrieben aber das weiß ich ob das nicht fehlen das ist eine bastelkunst schreibt einfach oder rein oder auch ist die fix games und spiel ach jetzt ach ja die einzige stoffe die wir jetzt gerade mit kleiner tipp es gibt uns weil er mit oben habe ich mal gegoogelt zwei länder kann man auch benutzen ja oe dann das ist ja wie beim kreuzmodrie zimmer spiele und filme ist das schlimmste für mich ich kann auch kein ich kenne kein spiel mit u kann kann es auch ein spiel in einem spiel sein nein woran hast du gedacht ja so irgend irgendwas aus roblox oder so ja junge nicht so richtig spielen und das ist eine platte ich hatte einfach um die stadt spiel ich rate einfach mal bei filmen ob karte einfach mal also keine ahnung ob es den gibt aber ich rate einfach mal für ein youtuber die ja er bei gänsel ist fertig ich auch ich brauche noch spiele ich brauche noch spiele noch nicht mir fehlt noch der youtuber ich brauche noch spiel mir fehlt nur eins ja vielleicht höh höre auf so österreicher ja oman ha ha moina ok ok raus da obs overdrive als ob ey guck mal erstmal hier ja bei österreich müssten mindestens drei von vier wegstreichen und zählt das ja dann müsst ihr hinten auf das auf das x hier neben der lupe genau 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 dann bei jonas auch dann aber ihr müsst doch bei jonas wegstreichen uns kriegt er punkte so wie jane das wäre unfair mir und vorgegenüber genau statt oxford nein ja ja ich weiß nicht ob es nicht das ist ja also ob es kann weg über ja ich hab das d am ende vergessen bei filme das d vergessen hey wo seid ihr können wir bitte nach der reihenfolge machen das ist nie ein spiel ich bin jetzt bei jetzt gehen wir zu youtube also fast auf klick kenn ich auf jeden fall es hat zwei kanal von kickoff die an otto wahlke ist der hat auf jeden fall einen eigenen kanal und die anderen beiden kennen ich nicht aber in deutschland treu jetzt mal die fußballmannschaft o4 weiß ich auch nicht ja schalke 04 kürze o4 oder es 0 4 gibt dir den bann beleidet hier das ist so wenn du sagen würdest das heißt bremer vercontiniert statement warum gibt es ein bremer sv ja ja sv werder bremen ja ok ich würde mal sagen meins zählt nicht bei filme aber auch hier steht oben gibt es ja auch falk und den hast du gerade gesagt es gibt den film oben ohne man ja habe das gerade gesagt man ja was ist das für die fußballmannschaft man ja nikos ja also mal also die sind in russland oder so ukraine ja also ololo ist natürlich quatsch ja ich habe geguckt den film den ich da aufgeschrieben habe den gibt es wirklich ich habe jetzt mal kurz zu kugelt stimmte kenne ich glaube ich auch ok wie viel nach ewig kein oben ein ja 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 oben nächste runde jetzt kommt so ein schönes x genau ich habe schon drei kategorien fertig land wird überlegen ja das ist easy aber ich habe stimmt es ist sie haben wir wieder das gleiche erfolge dem wenn das gleiche haben gibt es ne gibt sanktion games und spiele ja ich habe ein und das ist auch der einzige verein wie sofort also ja der ist sofort auf ein hieb eingefallen film und sehn land mit z ich bin fertig nein hallo also ich war doch ganz ok land zahlern ist natürlich hey zahlern hallo beleidige der beleidet hier meinen der beleidet hier meinen nein es ist doch das ist mit s ach so ja aber auf jeden fall kaufland phantasialand gibt es auf jeden fall eine karstadt zürich zwickau ja zwickau zwickhaus was habe ich da für eine scheiße sollten wir das gelten lassen nee weil ich zwickau meinte natürlich also ja ich brauche ihr habt sowieso doppelt ok das heißt wir müssen Janne kommt wieder mit seinen scheiß simulatoren ja ja das geht's halt duk simulator duk simulator ist ein spiel Janne kennst du überhaupt andere spiele als simulatoren ich guck nur paar looten sorry aber bei mir zombie zombie you kenne ich auf jeden fall oh my god ich weiß jetzt nicht youtube zombie ach ja stimmt zombie nee nee das so wie ich geschrieben hab ja und und seo seo haben wir auch doppelt äh falco deno du kommst ein bisschen durcheinander glaube ich z r s k z r s k ich hab's wenigstens richtig geschrieben z r s k moscow nicht wir haben's alle ja alle doppelt ach komm alter warum ist mir das nicht eingefallen aber wir müssten bei Janne noch zombie wegstreichen hä warum ja weil das im prinzip die gleiche Antwort ist nur falsch geschrieben so wie bei mir mit mit z k zum beispiel bei zwicker habe ich mich auch verschrieben und aber man weiß was gemeint war ja aber zum bay ist ja nicht zombie meinst du den überhaupt in der flotte ja so aber ist ja auch kurz zu kommen dann nicht ah ja genau so mania auch nicht schlecht ich hab einmal zum bahn zum ich wollte auch erst zum bahn schreiben aber ich hab dann zum bin ich genommen da gibt es bestimmt gibt es das ich bin ich lasse ich lasse es durch ich auch ja so mania so mania den kenne ich sogar aus man warum wird das nicht angefangen ist einfach dass die nicht oh mein gott ja jo und ne was ich hoffe ich scheiße man bin ich glöd aha und jetzt hör auch los oh ne alter ne fußballmannschaft mit j gibt es überhaupt was gute frage das wird nicht sehen so start mit j ich werde ich auch gerade schon wieder ich hatte eben ich habe jetzt extra meinen film serie zu game genommen damit ich bei film aus geileres nehmen kann ich habe gerade vergessen was es war ich habe heute in drei stunden geschlafen ist echt schlimm also ich bin fertig das land keine ahnung games keine ahnung keine ahnung für eine serie auch keine ahnung gibt es eine fußballgemeinschaft mit j keine ahnung bei fußballmannschaft habe ich ein bisschen geschummelt muss ich sagen ja ich habe auch einfach ich habe auch aber gestoppt genommen die ich hatte ohne zu wissen ob es fc ist oder so ist nicht fertig ich brauche noch bei mir fertig das bestehen lassen ich habe es gerade vergessen so ich habe ich bin jetzt auch fertig so alle fertig ja warte 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 sagt bescheid wir haben wirklich auf stopp ja soll ich auf drücken ja ja halt stopp jordanien japan ja jerusalem ist keine jerusalem ist kein land das war israel israel ich sag ja schlaf ach man und wenn ich das schon sehe wie los kann man sein ja ich eka ist doch kein ja jetzt kommt hier frog ja ich wollte mich japan nehmen weißt du ich wollte mich japan nehmen weil ich dachte also mindestens einer zwei drei fünf achtzehn von der karen und dann ja israel guck mal ich habe vor ein paar tagen mit jane das gespielt da habe ich israel geschrieben da war ich aber noch ausgeschlafen so jena ist doppelt ja gerne yu-gi-o wird mit y geschrieben jup naut ja guck mal da meckert er über die jungen simulator ne das geht raus jackass aber yu-gi-o zählt jetzt oder nicht ne es nein es du hast es falsch geschrieben und jungen simulator jungen simulator auch raus ja klar und jackass jackass falco dino ja falco dino ich bin aber youtuber ähm ja ich würde eins gerne weg streichen also wieso also enderflat enderflat weg aber aber bei youtuber jane der spaß ist doch legitim was gibt's äh den gibt's nicht doch das ist der google warte was passiert wenn ich ja komm ich gönne dir die punkte ausnahmsweise also ich hab auch zum schluss na ne komm ne ne wir können es doch beide lassen ich würde es lassen ja gut wir sind ja bei fußballmannschaft also jonas kenne ich auf jeden fall jojo anime kenne ich nicht aber klingt legitim irgendwie auf jeden fall muß jane ok j定 Lämpfe ein. Ja, nee. Raus da. Ja, gut. Ja, jeder. Ach, Jurassic Park. Ach, ja. Jurassic Park. Aber ihr müsst... Jurassic Park. Leute, ihr müsst auch immer drauf achten, das andere wegzuschleichen. Mit Jena ist doppelt. Hm? Nee, Jena müsst ihr noch wegschleichen, weil es doppelt ist. Ach so. Also eher hätte Janne jetzt die Punkte, weil er den korrekten Namen eigentlich hat, aber... Jurassic Park. Ja, deswegen, ich hatte bei Serien erst Jackass und da hab ich gedacht so, ja, ich find's cool, aber nicht... Jackass, genau. Oh, ich ärgere mich jetzt den ganzen Tag noch über Jurassic Park. Ja, und oben wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, der Tag ist... Janne, der Tag ist schon zu Ende. Ach, komm, nee, oder? Ich kenn nur YouTuber. Ja, ich auch. Falco, wen meinst du wohl? Äh... Ja. Warte, ich... Warte, ich hab auch ne Serie. Ohne... ohne Joke. Nee, warte. Serie, okay. Ich überleg aber Land oder Stadt oder so. Gibt das nicht. Gibt's ein Land mit X? Nein. YouTuber mit X... X, X... YouTuber mit X gibt's einen ganz Bekannten. Ganz Bekannten? Ja, natürlich. Äh, mit E. Mit X! Ganz bekannt T. Ist ne Sie. Ja. Ach so. Also, ich brauch nur noch Land, Stadt und Fußballmannschaft. Ich hab schon drei Sachen. Stadt. Ach stimmt, du hast ja Film. Stadt mit X. Land gibt's. Stadt mit X. Ich wette, dass es weder Land, Stadt noch Fußballmannschaft mit X gibt. Nee. Alter, Land, keine Ahnung, Stadt, keine Ahnung, Games. Wer hat das Spiel gestellt? Warum habt ihr dann X mit reingenommen? Keine Ahnung. Ich hab einfach alle Buchstaben reingetet. Ja, auch. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Die Mannschaft. Mir ist nur eins eingefahren und das war's. Aber ich hab drei. Ich hab nur eins. Ich hab auch drei. Bin auf die Antworten gespannt. Also von mir aus können wir Änder machen. Wie ist es bei euch? Ja. Ja, haben wir. Land, okay. Xanten. Ja, Xanten ist gut. Oh mein Gott, ja. X-World, gibt's das? Ich glaub, ja. Oh, Falko. Dingio, was ist denn bei... Können wir meins bitte zählen lassen bei YouTube, hm? Nee. Doch. Also, ich würd sagen, meins zählt bei YouTube. Nein, komm. Das gibt's nicht. Hätten wir uns eigentlich die Punkte... Bei Serien. Raus da. Schlimm, schrecklich. Oh Gott, wie traurig der vierte Platz da noch steht. Ich hab auch nicht so viele Punkte mehr. Darf Jonas, du kriegst Teilnehmerurkunde. Danke. So, und weiter geht's. Oh Gott, okay. Land. Ich würd jetzt nicht weitergehen. Arschloch Land. Okay, jetzt sollte man kein Land mehr sagen. Nee, das ist das glaub ich. Arschloch Land, ähm. Wie war das doch gleich mit... Wir haben auch unter 18-jährige Zuschauer. Übrigens, bei Pizza-Zuteil kann man irgendwas schreiben, was ich lecker anhören könnte. Lakritz. Aber nicht so was wie Teig oder so. Ja, das hatten wir ja schon. Teig! Nee, ohne Witz, das hatt ich mal. Ich hatte mal wirklich... Ich hatte irgendwie Kategorie erst bei Tier. Thunfisch dachte ich. Und dann dachte ich so... Weil ich dachte, Tiger nimmt jeder. Und dann kam der Bot, mit dem wir noch gespielt haben. Der hat dann Teig geschrieben. Und ich war mir zu fein, zweimal Thunfisch zu nehmen. Das hab ich dann... Es hat mich mega überhaupt gefuckt, weil... Weder kann man es als Belag benutzen, noch steht es irgendwie in einem Rezeptbuch. Und dann hab ich das irgendwann mal wieder gespielt. Und dann kam die erste Kategorie direkt. Pizza-Zutat mit T. Mit P. Weißt du, da dachte ich, okay, dann kann der schon mal nicht Teig schreiben. Da stand da Pizza-Teig. Kein Scheiß. Ich find's schön, dass unnötig lange Worte hat bei mir nicht so einen roten Unterstrich von wegen falsch geschrieben oder so. Oder unbekannt. Das ist ein langes Wort, das wird bei A nicht sein. Ich bin fertig. Ich hau einfach auf dem Tisch, wenn ich fertig bin. Ja, dann mach ich auch. Ne, ich bin doch nicht fertig. Ähm... Ähm... Ja, ich bin auch unnötig. Ja, ich bin fertig. Ich kann einmal auf den Tisch hauen, bitte. Oder irgendwo. Ich... Ich bin auf dem Bett. Wie soll ich auf den Tisch hauen? Ich hängel. Ja, dann hau auf dem Bett. So, das war ich. Ah, jetzt tut meine Hand weh. Perfekt. Richtiger... Richtiger... Richtiger Inscope gerade. Ah, stimmt. Finger gebrochen. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber ja. Äh, können wir... Können wir los? Machen? Ich hab... Ich hab gerade fertig. Ah, ja. Ja, genau. Ja! Okay, ich hatte Angst, dass einer von euch Argentinien nimmt. Afghanistan ist kein... Stadt. Keine Stadt. Ja. Ah, hallo? Ah, nee, der guckt keine Tagesschau, der ist ein bisschen lost, der Junge. Augsburg ist auch doppelt. Oh, Mann, warum schreibst du das? Ah, okay. Jonas muss doch bei Janne wegsteigen. Ich? Und Janne bei Jonas. So. Okay, gucken wir mal. Ach, ja. Ach, 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 Mann. Also, einfach hier, hier, Grant muss doch bei Jonas. Das ist eine Schrotlinze. Grant muss doch bei Jonas wegsteigen, sonst hat er, äh, sonst hat er, äh, sonst wäre das gewertet. Pizza-Zutat. Schade. Ich war da noch bei, ich war da noch bei, ich bin auch bei Stadt, ich war da noch bei Jonas auf den dritten X. Bei Stadt habe ich schon. Bei Jonas. Bei Jonas, du musst bei dir noch bei Augsburg wegmachen. Ja, oder Jonas bei selbst, ja, so. Ja. So, äh, abgesegnete Schrotpinter, auch, äh, auftragbare Brustplatte, okay. Brustplatte? Okay. Ja, so ein Schrotz, warum nicht? Jetzt dazu tat ich ja voll. Oh, die Punkte habe ich. Alles klar. Zack, zack, zack. Ich denke, wenn jemand jeden Tag macht, aus dem Fenster gucken, aufstehen, abseilen. Wegen Date-Zuginieren. In welcher Hinsicht? Ja, ich wollte es AA machen, schreiben, das war mir dann aber zu dumm irgendwie. Also abseilen, also im Sinne von, ne, Obamans weiße Haussetzen. So, äh, Weg an Date-Zuginieren. Among Us mit den Game-Server-Spielen, aufhören, auf den Tisch die Schwester der Mulle pimpern. Und nun dieses langes Wort. Axel Schweiß, äh, oh Gott. Axel Schweiß-Deo-Bereinigungs-Mittel-Verpackung. Ist so nötig. Abmüll. Abmüll, ja. Abmüll. Aktimell. Ja, ich bin nicht aufgeschreit. Ja, bei mir einfach ein nahegebliechtes Kacksenvieh. Aber Jana hat natürlich wieder mit dir daraus. Abmüll, Beck, bitte. Ja, also, so Falkodini, an der Stelle... Kein Abmüll. An der Stelle... Ja, kriegst du den Aktimell. An der Stelle werde ich mir eben Falkodinius Wort zensieren und einen schönen Delfin-Sound drüberlegen. Überlegen. Abmüll. Ja, Abmüll. Abmüll, Abmüll, Abmüll. B ist jetzt am Alphabet. Alphabet. Ich weiß. Es gibt keine... Geht das jetzt ernsthaft nach Alphabet oder was? Nee, das ist random. Ist sicher. Ja, 100 Pro. Pizza, Zutat, Brustbehaarung. Das habe ich gerade im Kopf, ey. Ja. Ja. Das habe ich noch nie gespielt. Die Super-Kategorie hat so viel Potenzial. Was? Ja, ein langes Wort, finde ich. Stimmt, das ist wirklich gut. Ja, aber lass mal, wenn wir das jetzt so öfters machen, immer andere Kategorien nehmen. Aber Land und Stadt ist eigentlich... Hallo? Oh, ups, nein! Na gut, passiert. Bei Jonas alles wegstreichen. Er hat nicht. So, so. Ey, das ist... Nee, Belarus lassen wir mal. Belarus ist aber erst Russland, aber das ist in Ordnung. Ist ja quasi die englische Variante. Ich habe das nix wegen euch. Aber Berlin muss noch weggestrichen werden. Ist ja doppelt. Nö. Nö. Ich wollte bei Land auch erst Belgien schreiben. Habe eher gedacht so, ja... Schreibe ich aber Bulgarien. Baseballschläger, Beil... Baseballschläger, genau. Beil? Was ist ein Beil? Beil ist eine andere Art von... Ist eine kleine Axt. Ja. So, okay. Jonas, ich habe Hoffnung, dass du keine Waffen kennst. Ja, Pizza-Zutann Brusthaare. Brusthaare, nee. Weg damit, weg damit, weg. Weg damit, weg. Nein, die hat mich auf die Idee gebracht. Ja, und Banane. Ich habe auch an Banane gehört. Ja, es gibt doch bestimmt Leute, die da Banane auf ihre Pizza packen. Ich kannte eine, die hat mal... Ich kannte eine, die hatte immer Erdbeeren auf eine Banane gepackt. Oh nein, ich habe mich verschwemt, weil Pizza-Zutat wollte ich was anderes schreiben. Und dann hat Falko Dino mich abgelenkt. Also, sorry. Falko, hast du gerade gesagt, ich kenne eine, die die Erdbeeren auf eine Banane legt? Nee, nicht auf meine Banane, auf eine Pizza. Nee, aber Banane muss weggestrichen werden. Komm, kennt ihr jemanden? Ach, ich meine... Weil, wenn ich an Pizza-Zutat denke, denke ich an alles, was jemals in ähnlichen Rezeptbüchern stand. Oder bei einem Lieferanten... Ja, meine Mutter, die hat mal so eine Chili-Bananen-Pizza gegessen, also... Na, okay. Okay. An alle Zuschauer unter 18 Jahren. Ihr dürft jetzt abschalten. Dinge, die man jeden Tag macht. Bier trinken. Ja, geil. Mein Logik wurde schon abgeschaltet. Ja. Prost rasieren. Ja, als Frau natürlich, ne. Wegen der Zuri, den Bundestagsreder halten. Und ich hab gesagt, wir haben Bruderpimpern, nachdem man bereits die Schwester der Mülle geflankt hat. Junge. Brust Haarpizza. Ja, ist okay. Janne, womit verbringst du am meisten Zeit bei deinen... Ja, bei deinen Videos mit zensieren, weil wegen Falko... Janne, womit... Kommt jedenfalls so ein Tag mit Janne bei Kai Pflaume? So, Janne, womit verbringst du am meisten Zeit so bei Wiedoschein? Ja, ähm, ich muss hauptsächlich zensieren, was Falko Dino uns sagt. Schuss, Torgi. Wenn Kai Pflaume überhaupt mal zu dir kommt. Äh. Ja, ne, also Kai, wenn du das jetzt siehst, ich hab vorher mal, wer weiß denn, sowas gemacht. Kannst gerne kommen. Okay. So, was haben wir hier? Oh, oh, in der Blatt ist so weg. Perfekt. Sehr schön. Äh, was? Hallo. Mann, das ist unfair. So, das müssen wir jetzt. Ich geh und guck jetzt einfach an den Lübs. Ja, guck mal bei Reddit. Ja, ich cure auf Reddit, mein Gott. Die Apokalypse, ähm. Ja, es passiert manchmal, dass man rausfliegt. Das ist, äh, naja, das ist mir auch schon passiert, leider. Nee, nee, das ist kass. Komm, was ist denn? Oder? Nee, komm. Ich bin ganz klar, ähm. Weg, ein D zu ruhig. Ähm. Eine gute Frage. Ähm. Ich glaube, er... Ich glaube, er... Ich glaube, er... Er, guck, Reddit. Schick mal bitte, dann kann ich... Schick's mir mal bitte, dann blende ich das ein. Okay. Ich glaube, ich glaube, er... Ähm. Ähm. Hier bitte schön, Janne. Ja, wo ist... Wo ist... Discord, ne? Ja, ja. Ach. Okay. Och, aber jetzt ist mir schon wieder passiert. Ich wollte gerade bei den Dingen, die man... Ey. Bei den Dingen, die man... Ja, ey. Das ist mir schon wieder passiert. So, Rumänien, weil ihr dürte wahrscheinlich alle Russland geschrieben habt. Ja, gerne. Nicht aber alle Rumänien. Ach, ja. Rumänien, weil der Dürt über... Ja. Weil Statt hab ich Ruh. Z, weißt du. Gibt's das? Ja, safe nicht. Rudolf statt mit... Abkürzungen auf den... Jetzt nicht Autokennzeichnen. Ja, Autokennzeichnen. Wollte gerade sagen, Autokennzeichnen ist ja... Trigger-Rings. Ich hab schon bei Waffe gesehen, da will ich mich abwärts da einfach ein... Irgendwo gegen... Hitzershoot hart. Große Zwiebel. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, okay. Ja, okay, okay. Äh, Rie? Ja, ich wollte... Ja, da wurde gerade gestoppt. Ich wollte gerade Ritzelecken schreiben. Okay, weg damit. Junge, ich muss alles zensieren machen. Ja, bei Rasieren war mir zu doof. Also, ja, tut mir leid. Ja, aber Rasieren... Oh, Mann! ...mütig knallt. Nachdem man mit der Schwester und dem Bruder fertig ist. Hör mal, Falkundinio. Ich bitte dich jetzt. Ich hab noch andere Dinge zu tun. Ich werde jetzt wahrscheinlich mal um zwei Stunden damit verbringenden Sachen zu zensieren. Okay, ich... Wenn gleich V wie Vater kommt, dann weißt du Bescheid, was ich schreibe. Ah! Also, was kommt jetzt? Okay, unerwältiges Lange... Mord, Re, Beobachtungsposten, Holzverarbeitung, Fabrik... Irgendwo muss das Holz für so einen Beobachtungsposten herkommen. Du bist so lange schwarzen... ...perfekt! Aber ey, das ist jetzt was, was wir nicht zensieren. Ja, bei Darf Jonas mach ich jetzt... Das mach ich bis zu Riesen-Ars. Riesen-Ars? Ich kann's auch ruhig sagen, dass das ein Riesen-Arschloch ist. Wie Riesen-Ars-Geier. Ja, nee, ich schreib da Geier drüber. Ich schreib da Geier drüber. Okay, F. F, fuck. Ihr werdet jetzt alle Frankreich schreiben, deswegen schreib ich jetzt Finnland. So. Stand, Fortuna Düsseldorf, alles klar. Ja, genau, Fortuna Düsseldorf. Aber ich wollte es jetzt schreiben. Da halt... Pizza, das Hut hat. Ja, ich muss schlafen. Okay. Tschüss. Bis denn dann. Tschüss. Pizza, Zutat, Pferde, Fleisch. Was habe ich heute im Kopf? Oh Gott. Dinge, die man jeden Tag macht. Also jetzt sind sie das für Janne schon mal im Vorwerk. Also ich bin da so nett. Ihr könnt euch ein Synonym aussuchen. Viel Spaß dabei. Oder nee, ah, warte. Ah, ich hab's. Es, äh, Pizza zu da mit. Äh, äh. Äh. Okay, ich bin fertig. Ich hab' ich nicht auf Stopp gewollt. Aber jetzt bleibt. Oh Gott. Jetzt. 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 Los. Jetzt. Okay, okay, los. Ey. Finnland aus Prinzipien Fall. Ach komm, nee, oder? Ja, Mann. Das gibt's nicht. Ich hätte jetzt drauf gewettet, dass es keiner von euch hat. Mann, ey, so'n Dreck. Mann, ich dachte, du hättest wirklich Finnland aufgeschrieben, Mann. Ja, welches Frankfurt? Frankfurt, Frankfurt. Am meinen, ne? Ey, Frankfurt an der Oder. Nee, wenn dann Frankfurt, ODER. Ja, es gibt Frankfurt am Meinen, es gibt Frankfurt an der Oder. Ja, ich meinte natürlich das, ähm, ne? Also, ich glaub, dass hier nämlich beide Frankfurt am Meinen, Mann. Das wollte ich nämlich auch erschreiben. So, jetzt ist die Frage. Wir könnten jetzt entweder den, oder darf Jonas den Punkt senken? Welches Frankfurt? Ach, komm, lass mal. Fünfbeiniger Kampfwund, äh, Frauen während der Erntewoche. Okay, das darf noch, das geht noch. Ja, ja. Schlafen wir einfach. Machen wir's mal weiter bei der Nichtsung? Pizza ist Fisch, Fleisch vom Dönerspieß, aka Dönerfleisch. Hallo, was ist das Topi-Apokalypse haben wir noch? Ja, ist doch alles cool, wie ich finde. Okay, fünfbeiniger, ja, okay. Fisch, ja, okay. Fleisch vom Spieß, aka Dönerfleisch. Ja, okay. 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 Danke, dass das sensiert hast. Ja, wir freuen, dann, ja, wahrscheinlich, Fluchen. Wir freuen, wir freuen, wir freuen, wir freuen, wir freuen. Traum, Regen stehen lassen. Ja, ist doch alles in Ordnung. Okay, jetzt komm, ich lese mal meins vor. Fliegt Holz, Arbeitsverarbeitungsfabrik, so. Ja, ich wollte auch irgendwie so was schreiben, wie Familienabstellfabriksgelände. Ja, wir kommen, zählt alles. Also unnötig langes Wort machen wir auf jeden Fall. Okay. Letzte Röde schon, oder? Jo. Ja. Müsste sein. Okay, B. Bambo. Bambo. Er Bambo, du Bambo, er sie es Bambo. Okay, dann, äh. Waffe für Zimmer, Abküppse, Waffe. Nee, ist natürlich Quatsch. So, da haben wir ein paar Bayern-Marketest. Ah, was? Ähm. Ey, f- Oh nein. Ich ahne Böses. Weil Falco Dino hat mir mal gesagt, dass wir beide das alleine gespielt haben, was er schreiben wird, wenn etwas Bestimmtes ist. Ach, Mann. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ähm. Ich werde es nicht schreiben, wenn du mir das jetzt sagst, aber was meinst du? Nee, 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 nee. Siehst du gleich, siehst du gleich. Okay. Pizza-Zutaten mit Wehe. Äh. Pff. Keine Ahnung. Nicht schon fertig. Nee, noch nicht. Nee, ich auch noch nicht. Gibt es ein Land mit Wehe? Ja. Ja. Aber ich sag's nicht. Sogar mir fällt auch nicht. Ich hab zwei auf jeden Fall. Vietnam wird mit Wehe geschrieben. Nee, V. Nee, V. Ja, meine ich ja. Genau. Äh, Waffe brauche ich nur noch. Ja. Eine Waffe brauchst du. Eine Waffe, ja. Waffeleisen als Zombierbeklipse hier, oder? Genau, da macht man die Zombies einfach zu Waffeln. Ja, du machst das Ding an, steckst den Kopf rein, fertig ist das. Och, Mann. Ja, ne, wie lange hast du dein Video geschnitten? Ja, so vier Stunden. Oder schon zensieren, eine Stunde, eine Stunde Memes raussuchen. Also, ich bin, ich wäre fertig. Sie sind eigentlich, oh, ich bin so froh, dass Aufnahme gestartet ist. Ähm, aufhör aufdrücken. Von mir aus? Okay. Oh Gott, ich wusste es. Weißwurst, 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 weißwurst. Och, ne. Aber ich hab weißwurst, die aus Bayern sind doch selbst. Weißwurst auf ne Pizza? Ja, fragt man Bayern bestimmt. Ne, ich glaub nicht. Ja, die trinken auch schon, die trinken auch schon mit zwei Jahren Bier zur Muttermilch. Falko Deme, wir haben sowieso das Gleiche. Du hast Wurst und ich auch. Ja, ich hab immer weißwurst. So wie wenn du Rust hast, weißt, was wir haben. Ja. Wähl dir, Falko, dass du irgendetwas Doofes schreibst, das ich dann zensieren muss. Ey, ich wusste es. Ich wusste es. Aber er hat das schon. Ich wusste es. Waffeln nicht teilen. Ach, was, reicht auch schon. Okay. Okay. Ach, was, reicht auch. Aber nochmal zum Pizzazutaten. Oh Gott. Wurst gibt's tatsächlich. Es gibt Currywurstpizza. Hab ich auch schon gegessen, aber weiß. Ja, ja. Aber wenn, dann würde ich meins durchstreichen. Och Gott. Oh. Ich würde nicht. Ich gönne den Punkt. Darf ich bei unentwickelt langes Wort alle drei lesen? Ja, mach mal. Okay. Wolfs, Schanden, Arbeiter, Ausbildungsunternehmensmanager, Bambo, Gürtel, Schnallen, Anstecknadel, Bambo, Ninator, Gerätstück, Waffe. Wollen wir das zählen lassen, weil beides mal Bambo ist. Oh, stimmt. Sogar das gleiche. Äh, ne. Nee, das ist nur zwei Wörter. Ihr habt euch... Ja. Okay, zack. Okay, wenn Wurst und Weißwurst zählt, dann zählt auch das, finde ich. Ich hätte gern... Ich seh' nicht, ich seh' nicht, die Jörg bräuchte. Ach, doch bin ich schon wieder letzter... Äh, äh, vorletzter. Ja, wäre das ein Crap drin. Moment mal, Crap. Oh ja. Oh, ich krieg' rechtes Werbung, die werd' ich dann auch zensieren. Nee, ich bin durch, ich hab' keinen Bock mehr. Ja, alles klar. Nee, wollen wir Scribble... Ja, komm, zwei Wörter. Ja, komm, zwei Wörter. Ja, mach mal Moderation, dann können wir noch Scribble spielen. Ja, komm, zwei Wörter. Okay, dann beende ich mal dieses Video. Ich... Wir sehen uns gleich bei Scribble wieder. Beziehungsweise in dem Fall morgen. Ich nicht. Achso. Auch zu zweit Scribble? Nee, dann ist er auch doof. Nee, zu zweit geht doch. Ja, aber... Nee, lass uns in der Public Lobby gehen. Okay, dann tschüssi. Tschüssi. Aber... Public ist, glaube ich, nicht so die super Idee. Ich weiß nicht, also... Egal, ich bin jetzt erst bei dieses Video. So, tschüssi, Tukowski. Danke fürs Ansehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao, tscherio. Und Janne, für die ganzen unnahmlichen Lieblings- und die Zensur-Mühe, die du in die Zeit, die du haben musst, gehört dir jetzt das letzte Wort. Abonnieren und liken, Freunde. Ja, und mich bittet dir abonnieren. Danke.